In der SPD zeigte sich heute Uneinigkeit über die Verwendung der Einnahmen aus der geplanten Ökosteuer. SPD-Bundesgeschäftsführerin Fuchs schlug vor, mit den Geldern nicht nur Umweltschutzprojekte zu fördern, sondern sie auch für notwendige Pflegeleistungen im Gesundheitswesen zu verwenden. Die Finanzexpertin der Partei, Matthäus Mayer, lehnte dies strikt ab. Die Arbeitsgruppe Fortschritt 90 habe in ihrem Konzept festgelegt, die höhere Energiebesteuerung wieder an die Bürger zurückzugeben. Sie dürfe nicht dazu dienen, neue Leistungsgesetze zu finanzieren. Die SPD-Führung hat dem Vorschlag von Bundesgeschäftsführerin Fuchs eine Absage erteilt, mit der geplanten Ökosteuer auch sozialpolitische Leistungen zu finanzieren. Der Parteivorsitzende Vogel erläuterte in Bonn heute einen entsprechenden Beschluss des Präsidiums von gestern Abend. Der ökologische Umbau des Steuersystems, so bekräftigte Vogel, diene allein dem Schutz der Umwelt und habe nicht den Zweck, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Dieser Erklärung habe auch Frau Fuchs zugestimmt.